Hast du Auto kaputt gemacht, oder? Hä? 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 Hallo? Hallo? Ist deine Ernst? Ist die gegangen einfach? Ach du Scheiße. Hallo? Du, ich bin jetzt fertig. Ähm, wo soll ich kommen? Du bist fertig, oder? Ja. Ja, das ist gut. Viel Arbeit heute, oder? Ja. Ich erzähle später, wenn ich komme. Ja, ja. Ja, du hast Klamut oder sowas? Ne, ich bin Armee. Du brauch Klamut, oder? Ja, aber wo findet? Heute Geburtstag. Wurst? Ja, Geburtstag. Heute Geburtstag. Ach so, ach so. Ja, aber ich habe, ich weiß nichts. Alles teure, weißt du? Ich war in einem Laden. 70 Dollar eine Hose. Was zur Hölle? Scheiße, mein Gott. Ja, ja. Ich schon wissen, 70 Dollar teure, oder? Ja. Ich habe keine 70 Dollar für eine Hose. Wenn ich Hose kaufe, dann kein Essen und dann ich echt trinke. Äh, ich... äh... äh... Stücke. Ne, ich... Wir brauchen Geld, oder? Weißt du, komm, keine Probleme. Ich mache Geld. Nein, nein. Ich will dein dreckiges Geld nicht. Ich will einfach normale Arbeit, äh, machen und dann billige. Äh, weißt du, du nichts wollen? Dein Geld. Meine Geld, ja? Ja. Ja, wie gesagt. Äh, also wo... Vielleicht finden wir eine billige Laden. Ich weiß nicht. 70 Dollar viele. Weißt du Scheiße. Ja, 70 Dollar viele, ja? Ja. Ja. Gibt es andere Laden? Nicht so teuer, oder? Ja, viele teure Laden. Musst du gucken, oder? Wo du warst, ein Einkauf. Ja, in das teure Ladengebiet. Teure, ja? Ja, ich weiß nichts, wo ist. Oben in der Stadt. Bei DOL, ich glaube. Ja, warum? Wo warst du? Ja, ich bin schon mache Kaufer, oder? Ach du Scheiße. Ja, bei Teuer 250 Dollar, oder? Was? Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Das meine Herz tun wehtun, aber... Kein Problem, ja? Weil ich... Guck, guck, das ist halt hier. Vorrat, ich mache viel Geld. Ja, stimmt. Ja, es waren da 50, viele Geld. Ja, okay. Ja, 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 ja. Ich schaue dann vielleicht... Ich finde eine schöne Hose, aber Oberteil, ich weiß nicht, ob ich habe genug... Ich komme dann, äh, nachdem ich kaufe, ein Kalamoto, okay? Aber wohin komme? Ja, soll ich mitkommen? Klauf Kamuta, oder was? Ja, wenn du wüsst, wo bist du? Äh, ich komme bei Polizia, ah? Ach du Scheiße. Warum? Nichts gut, was habe ich nur machen? Ich bin, ich bin zuhause jetzt. Ich bin jetzt zuhause. Ah, Mumi, ich zuhause? Ja. Oh, ich muss machen, Oberliga. Ja, okay, dann warte vor dir, ich komme, ah? Nein, nein, wir treffen wo andere. Ach, bist du Auto? Ja, ich habe, äh, Rabing machen mit Autokoma. Ach du Scheiße, ja, okay, dann warte ich gerne, mein Freund. Du weißt, wo ist meine Hose, geh? Ja, ich hoffe, ne? Ich glaube schon ein bisschen, ne? Also, ich kann auch kommen in den Stadtpark und dann holt ihr mich in den Stadtpark, okay? Ja, okay, dann machen wir den Stadtpark wirklich. Wir machen Apola, ah? Ja, bis gleich dann, mein Freund. Ja, okay, Habibi, yallah. Tschüss, tschüss. Ja. Ja. Okay. Krass, die kommen mit dem Auto. Stark, stark, stark. Jetzt, jetzt schauen wir mal, was die für ein Auto haben. Yo. Oh, hallo, mein Freund. Ich komme, ich komme. Ja, mein Freund, mir geht gut, wie geht's euch? Auch gut, wir brauchen die Mutter für Ahmet, aber nichts tun, ja? Hast du noch nicht gekauft? Nein, 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 ich habe nicht. Wer? Oh, wie steht dein Budget, Ahmet? Mein was? Dein Budget. Was? Wie viel Geld hast du dafür? Ähm, wenig. Ich habe Wartekurs, ich schaue in meinen Wartekurs. Ja. Guck, ich habe 67 Dollar, ich habe dabei, und in meinem Konto, ich glaube, so 60. Oh, ich kann schon weiter, was ist denn los bei dir? Ja. Hallo, ich habe eine Wohnung, ich schlafe nicht, Straße. Ich auch, trotzdem Geld. Ähm, okay, das ist verdammt wenig. Dann können wir eigentlich direkt umdrehen und zum Bingo fahren. Ja, ja, kein Problem. Billige Lade. Ich habe, äh, ich habe, äh, Mustafa gesagt, hey, meine Freunde, ich will Geld. Okay, Achtung. Ach du Scheiße, wo hast du denn gemacht, deine Führerschein? Da, wo du es auch gemacht hast, so kann ich driften. Das ist, das ist noch nicht schlimm, Ahmet, du musst gucken, wenn ich schnee fahre, das ist mein Herz kaputt. Dieses Auto kann nicht mal schnell fahre, man kommt nicht über 70 mit der Karre. Ach du Scheiße, achso, warte kurz, so, jetzt. Aber hast du gekauft, oder? Nein, bist du des Wahnsinns? Ja. Weißt du, wie viel die kostet? Zwölf. Zwölf Dollar? Zwölf Tausend, oder? Ja, keine Ahnung, habe nicht gefragt. Ja, warum sagst du dann, was kostet? Ich weiß nichts, wenn du nicht... Warte, warte, ich muss kurz banken. Was? Bank, bank, nächste gehen und dann stopp, ja? Okay, warte, die Polizei, das wird nicht. Rechts ist ein Polizei. Äh, nein, ist hier. Stopp. Hast du nichts, du hast gesagt, nein? Dreht, dreht, schnell, dreht. Drehen? Ja. Normal, dreht, ach die Scheiße. Ah, diese jungen Leute, kaputt die Kopfmännchen. Ja, Rex. Wer ist Rex, bitte, mein Freunde? Guck, hier ist hier, Straße, stopp. Ah, guck hier. So, dankeschön, ich komme gleich. Bis gleich. Fährt hier wie ein gestörtes Kind. Fährt hier fast wie ich. 110? Aha. 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 Wir lassen 40 drin, für die Miete. So, ich habe hier 70 genommen, weil ich brauche 40 für Miete. Und, ähm, jetzt können wir gehen, jetzt habe ich 130. Ja, okay, du solltest du ja. Hier komm, Achmed, keine Probleme. Weil ich hätte sonst gesagt, wir fahren zu Ponsenbis, da gibt es vernünftige Kleidung. Aber, äh, das ist tatsächlich auch da nicht erledigt. Aber ich bin Achmed, ich habe kein Geld. Ja. Armer, Achmed. Ja. Moment. Wo fahrt dieser Binkos? Alter, wie fahrst du, mein Freunde? Hilfe. Alter, du bist genau so schlimm wie Onkel. Ich fahr mit euch beide nicht. Ich koste gleich. Moment, ich muss mal ganz kurz auf den Miete fennen. War das nicht hier direkt neben dem Stadtpark? Warte, ich weiß nicht. Ja, das ist genau geradeaus. Warte. Ah, diese Lade. Ah. Hat auf, oder? Oder so? Der hat, glaube ich, immer offen. Echt, ganze Zeit auf die Scheiße. Hier parken. Sag mal bitte, wo hier? Mache pass. Wo parken? Das ist Straße. Ja, und? Hä, hier parkt nicht. Pfeil. Die stellt sich einfach mitten auf die Straße. Hallo, hallo. Guck hier hinten, hinter dieser Auto. Alter, richtig gestört. Ach du Scheiße, mein Gott. Ja. Es ist mir scheißegal, auf welcher falschen Seite ich bin. Ja, aber wenn Polizei kommt, dann wüsst du... Ja, das ist super falsch. Guck mal, der steht auch auf der falschen Seite. Und jetzt? Jeder ist nix gut, aber der macht richtig. Guck mal, der macht richtig. Guck mal, der macht richtig. Hallo, hallo. Nur weil andere Leute macht auch falsch. Heißt nicht, du bist richtig. Wenn ihr etwas gegen meinen Fahrstil habt, dann könnt ihr auch selber fahren, okay? Ja, okay. Aber nicht mit meinem Auto. Ist nicht dein Auto? Wo mein Auto? Ja, okay, ist dein Auto. So, wo gibt's Klamatt dahinten? Diese Hosen, da hat deine Schnauze. Was ist das denn? Hier? Nee. Nee, nix scheiße alles. Kleiderschrank. Wenn es hier eine Schiebermütze gibt. Hast du irgendwas Bestimmtes im Kopf? Warte kurz. Ich habe in Türkei einen Hut, ganz schön. Hey, ich bin richtig verwirrt. Und du hast ihn geheiratet oder wie? Hallo. Hm? Es gibt keine Hose, warum? Hose? 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 Hose, an dem Hoseanstand der Seite. Ach da. Oh, hallo. Ich schütteln. Hallo. Irwin, ich glaube, wir haben ein Problem mit dir. Ich glaube, du hast ein Problem. Ja, warum ich nix sag, ja? Wie? Ich will nur sagen, wir machen und vorsicht fahren. Ja, okay, hast du ja jetzt gesagt. Was sind das für Hosen? Mann, dein Ernst? So. Du hast das ja jetzt gesagt. 50 Dollar, die kaufen wir in den Warenkorb. Danke, dass du es gesagt hast. Die sind schön, oder? Ah, scheiße, weg. Hose. Okay, wir haben aber nichts Problem, ja? Nichts machen die Hose von Michael. Nein, wir haben kein Problem. Ja, dann komm, wir geben mir Schuss. Ich nur nix mache, fahre einmal Auto. Ravine, komm. Lass sie machen einmal Fahrt, wo? Ja, das ist nicht... Stopp, stopp, zurück, zurück. Ja, ja, stopp, das ist gut. Nein, zurück, zurück. Nein, nein, nix darf. Giese. Das ist gut, mach andere Farbe. Aber scheiße Farbe. Ja, sage Farbe. Ja, besser, besser. Das ist doch, nein, zurück, zurück. Zurück, zurück. Giese. Nein, scheiße. Doch, doch, das sagen wir machen nix. Das ist richtige Scheiße, nein, nein. Ravine, das ist gut, oder? Ist kein Weihnachten, oder? Ja, sieht toll aus. Wir haben sogar noch so eine Weihnachtsmütze. Alter, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, ich bin eine Füße, ich kann sowas nicht. Bitte hören wir zu, okay? Im Kofferraum habe ich eine Weihnachtsmütze. Und weißt du was? Als die letzte Person, also als Onkel die letzte ins Ob gesetzt hat, Tante hat sich so gefreut. Tante hat das richtig geliebt. Wer interessiert? Tante, ich bin nicht Tante. Hallo. Tante, Antje, zu deren... Kennst du die überhaupt? Ach, siegt toll aus. Tante, Antje, hübsche Frau, komm, 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 du kannst schon machen, sie sagen, sie ist sehr gut aussehen, ne? So, warte kurz, ich muss kurz, ähm, Hose wieder kauft, ich habe vergessen, nehmen. Ich habe so einen... Du kannst genug, äh, äh, tragen, oder? Tragen? Ja, ja, ich habe genug. Du kannst auch Klamotten aus, weil das schon schwierig, äh, andere Klamotten. Ja, ich lege jetzt hier auf diese Kleider, scheiße. Ich bin zu hoch. Ach, nein. Bitte zu hoch. Bitte zu hoch. Zu hoch. Okay, ich habe gemacht. Ich muss mal deine gute Hose aussuchen, ich muss ja was klären. So, ich ziehe kurz um, okay, warte kurz. Ja, ich ziehe hier um, scheißegal. Ja, mach aus. Warte, ich mache Verstück, ja. Das ist gute Hose. So, oder? Schöne. Ich habe kein Geld. 7 Dollar. 7 Dollar? Ja. Nein, ich bin fertig, ich habe fertig jetzt. Oh, das ist gut, das ist... Keine Schuhe braucht, oder? Nein, Schuhe, okay. Scheißegal. Okay, perfekt, fertig. Ja, ich würde es sagen, ich kaufe mit Klamotten. Komm, komm, komm. Okay, okay. Ah, wer ist diese? Diese da, oder? Ja, das ist gut, oder? Ja, ja, schön, schön. Ja, das ist hübsch, ja. Ich wund mache, aber ich hoffe nichts viel, ja. Aber hast du keine Socke gefunden, oder? Soge, ah, scheiße, ich beru... Aber nein, das ist so okay, ja. Tja, guck, guck, guck. Ja, guck, Polizei. Die Polizei habe guckt schon, aber wenn du siehst. Du hattest Glück, weil wir sind dabei, alte Menschen, hat nichts gesagt. Ja, ja. Sie haben schon denken, weil Ahmed sein Alter, er hat nichts gut vor Rücken. Ja. Äh, geht, setzt euch euch schon mal ins Auto, ich gehe noch kurz da drin auf Toilette, okay? Okay. Hä? Guck, das ist... Hallo, hallo, hallo. Ja? Die Auto schließt, warum? Hab ich doch... Hab ich euch das nicht aufgemacht? Ach, du Scheiße. Jo, jo, ihr seht, ja, ich gehe in die Toilette und dann zu. Ich wusste ja nicht, dass ich es wieder abgeschlossen hatte. Jetzt ist es auch wenn. Ja, ja, danke schön. Mein Gott. Ja, die Frau, ich glaube heute... Hä? Was? Ich glaube, sie haben heute diese Vorforschung bisher Tag, ja? Ach so, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, du bist schon bei Bauchschmips, ja? Ja, aber ganz viel Schmerzer, die Arme. Ja, sie holt wirklich viel, viel Schmerz, ja? Wir müssen gucken, vielleicht besser die Mann sagen nix heute, okay? Wenn sie sitzen im Auto, wir sagen nix mehr, okay? Ja, okay, bisschen Liebe, ja, stimmt. Einfach Liebe sein und Mogen sagen und... Weil sie Frau, ja, schwierig für Frau. Ja, natürlich, natürlich. Arme, arme Frau. Ja, das ist... Und dann macht ihr irgendwann Kinder und dann Kinder rausdrücken, Scheiße, ach du Scheiße. Ja, das ist schwierig, ja, für Frauen. Ja, ja. Das ist ein Mann, wir haben nix viel Probleme, wir müssen haben, Vorsicht vor Frauen. Ja, ja, sehr wichtig. Frau, wichtige, weißt du? Ja, ich frage, was sie machen, schreiben, ne? Vielleicht schreibe mit Malik oder so. Mit einem Malik oder weißt du? Ja, mit deinem, mit ihrem Mann, Freund. Ja, ja. Wie cool das ist, dieses Scheiß-Sound-Effekt. Gib dir das. Ja, du brauchst mich, ja. Oh, schau dir, nix viel. Nix viel, nix viel. Man hört das so abgedumpft, voll mega nice. Vicky, richtig stark. Mit den Sound-Effekten richtig gut. Also alt 5 oder ist es salty chat? Ich weiß nicht, ob das die Kombination aus beidem ist. Wer auch immer das entwickelt hat, übelst gut. Handy? Holt er hier Handy raus? Ne. Doch, alter, der holt sogar da drin das Handy raus. Ja, Moment, Achmed. Ja. Mach mal ein bisschen aufschreiben, ne? Was schreiben? Was schreiben? Also wir brauchen eine Gase. Was? Eine Gase, Gase. Gaz. Ja. Eine Gase, zu essen. Hä? Was ist eine Gase? Gaz, Alter, mein Freund. Erdgaz, oder? Ravin? Ja? Ich brauche eine, wir brauchen Gase, ha? Gase? Gase, Gase. Ich glaube, er meint Erdgas. Ja, ja. Käse, mein Käse. Alter. Erd? Käse, dein Ernst? Ach, die Scheiße. Wofür brauchst du die? Gase. Ja, und hier? Ja, also wir brauchen Käse, was noch? Gase, dein Ernst, Alter. Holy Shit. Wo sollen wir das herbekommen? In den Laden. Welcher Laden? In der Tankstelle, ich kenne nur eine Tankstelle. Ja, es gibt so eine, da gibt es... Super, viel zu kaufen, aber... Ja. Diese Ying Yang, oder? Oh, nein, die kann ich nicht fahren. Was? So weit fährt? Ja, okay. Sollen wir nach Paleto fahren? Schaffen wir das noch in der halben Stunde? Ja, wir schaffen schon, Kusayt. Halbe Stunde, warum? Okay, was will sie haben? Nach Paleto, wir brauchen... ... diese Käse, ha? Käse und was noch brauchen? Ja. Murta, Murta, Murta Thiele. Murta Thiele? Ja. Was? Können Sie Brötchen machen, oder was? Was ist denn Murta Thiele? Geht die doch heute? Mayo. Mayo. Mayonnaise? Ja, okay. Mayonnaise. Ich schreibe. Antje, Mayonnaise. Okay, okay. Okay, okay. Ja, ja, ja. Sie sagen Mayonnaise. 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 Schinken, sie wollen Schinken, bitte. Aber du hast jetzt Trotan, oder? Ja, Antje, Antje. Weil Schinken, Haram. Ja, wir wollten machen, frag, Ahmed und ich sein Muslime. Wir können nichts machen, wie wir essen Schinken. Komm, wir machen von Trotan Schinken. Eine Brot, Aufbackbrot holen, ja? Brot? Ja, ich dachte, die fährt nach Paleto, ey. Von alles ganz viel, ja? Meine Freunde, wie fährst du nach Paleto, ey? Machst du längst den Weg von der Welt, oder? Ja, aber ich habe gesagt, frag, ja? Ahmed und ich Muslime, weil nichts machen, wir machen diese Schinken, ja? Wir machen bei Trotan kaufen, keine Probleme, oder? Ja, wir machen fahren oben bei Paleto, ja? Du gehst Paleto. Was machst du, Autoraport? Ahmet, ich kaufe eine Marmelade, ich kaufe eine Marmelade, ich kaufe eine Marmelade, ich kaufe eine Marmelade. Ihr habt es geschrieben, oder? Okay, erzähl mir mal, auf, was wir alles haben, von vorne. Okay, wir brauchen eine Käse. Käse, irgendeine Käse? Mortadella. Mortadella, okay. Eine Mio? Mayo. Mayo. Ja, ja, was ist Brot? Brot? Aufpackbrötchen, meinst du? Ja. Aufpackbrot? Ja? Marmelade. Eine Schinke, Schinke und Marmelade, ja? Schinken. Ja, und dann fertig. Was für Schinken, so zuvor aufs Brötchen drauf? Trotan, Trotan. Die fragen, was für Schinken, Ahmed sagt Trotan. Ja, Schinken für Brot, sage, ne? Okay, also aufschniert, okay. Ja, ja. Noch was? Ja, noch was, äh, entziert. Was machen wir jetzt, Ravine, Fein? Digga, die hat einfach Auto kaputt gemacht. Guck dir das, das Hinterrad an. Guck dir das an. Enke, ich bitte, mache nix hier vererschen, nix, guck dir sie. Ach, scheiße. Das ist selbstverständlich, ich mache kaufen, nix Geld nehmen. Arme Auto, arme Auto. Äh, Onkel, hast du Geld dabei? Ja, ich hab Geld. Ich bin kurz in die Handy, ja? Ich schaue kurz wegen Arbeit. Mhm. Okay, okay. Äh, Ravine, warum hier? Ja, wir müssen hier kurz raus. Waw, 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 was holt die neuen Tiga? Man ist weg. Okay, gut, wir machen gleich anrufe, ja? On tour. Hä? Hast du Auto kaputt gemacht, oder? Hä? 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 Hallo? Hallo? Diese scheiße Esschluch. Ist deine Esschluch? Ist die gegangen einfach? Ach du Scheiße.